Das Licht ist gekommen. Lasst uns gemeinsam beten. Das Licht ist gekommen. Wir sind alle geheilt, erlöst, im Frieden, so geliebt und liebend, geheiligt und gesegnet. Das Licht ist gekommen. Der Beginn der neuen Sicht, der neuen Welt der Freude und der heiteren Gelassenheit. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Ich habe dir vergeben. Weil ich mich selbst erkennen will. Jetzt kann ich dich als Gottes Sohn und meinen Bruder sehen. Das Licht ist gekommen. Ich habe mir selbst vergeben. Danke, Bruder. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Amen. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Nein. Pang Es wird bei der Welt vergeben. Vielen Dank.